Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Wir haben es wieder Freitag. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zu unserem ausführlicheren Webinar mit Ideen für den heutigen Handelstag, natürlich dem Ausblick für die kommende Woche und etwas Edukation heute hier wieder auf der Agenda. Ludger, einen schönen guten Morgen. Ich habe heute mal wieder die kleine Herausforderung auf Facebook, dass ich den Stream nicht sehe. Bei mir ist alles schwarz, aber ich gehe mal davon aus, Ludger, wenn Sie hier zuschauen und alles hören und sehen, dass der Bild und der Ton vernünftig rüberkommt. Sollte was nicht passen, bitte einfach hier in den Chat eine Info geben und das ist auch die Einladung hier an alle, die live zuschauen. Wenn Sie Fragen haben zu einem Thema oder einen Wunschchart analysieren möchten, dann scheuen Sie sich nicht. Fragen Sie hier direkt im Chat. Olaf, einen schönen guten Morgen auch für dich. Was sind die Themen? Das gibt es nach dem Risikohinweis. Der ist obligatorisch, ganz schnell genannt. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Punkt. Damit wäre das Thema erledigt. Schauen wir auf die heutigen Themen wie jede Woche Freitag. Standard Handelsideen für den Freitag. Danach machen wir den Wochenausblick auf der Nachrichtenseite. Was kann die Märkte nächste Woche bewegen? Wir analysieren einmal die momentane Situation bei den großen Indizes. Hier gehe ich auch sehr, sehr gerne auf Ihren Wunschmarkt ein. Und im Bereich Know-how schauen wir aufs Beachbook aus der USA. Hier heißt das Thema heute unter anderem der Zollstreit belastet die Unternehmen. Da gibt es mittlerweile erste Spuren. Noch nicht breit, aber mehr dazu dann im entsprechenden Teil. Das Beachbook wurde diese Woche Mittwoch veröffentlicht. Und ich bin der Meinung, viele Trader schauen immer mal so ein bisschen aufs Beachbook. Und ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, wenn man genau weiß, was das Beachbook ist, was da drin steht, was es für Auswirkungen hat, dann kann man damit auch deutlich besser umgehen. Weil es geht ja nicht immer nur ums kurzfristige Tick-Tick-Trading, sondern der ein oder andere Trader interessiert sich auch für mittelfristige Ausblicke. Hier gibt es unterschiedliche Zeitrahmen in den Charts, sage ich hier an dieser Stelle nur. Und das besprechen wir an dieser Stelle auch einmal mit. Dann also nun zu den Handelsideen für den heutigen Tag. Und die starten wir mit einer normalen Vorbereitung. Und die normale Vorbereitung fängt damit an, dass wir mal schauen, was es denn an Nachrichten gibt. Heute, morgen um 8 Uhr, stand ein wichtiges Thema, auch wenn das jetzt hier eine Relevanz von 2 hat. Das wichtige Thema ist das Thema der Erzeugerpreise hier bei uns in Deutschland. Wir hatten eine Prognose von 0,3% an Zuwachs für den Monat Juno. Diese Prognose ist auch erfüllt worden. Das heißt, wir hatten hier tatsächlich einen Zuwachs von 0,3%. Aber, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich mal hinaus möchte, schauen Sie sich mal an, was hier unten passiert. Wir haben auch noch den Erzeugerpreisindex für das Jahr entsprechend bekommen. Also der Juni letztes Jahr zum Juni dieses Jahr. Wir haben hier eine Preissteigerung. Die Erzeugerpreise sind gestiegen um 3%. Da klingelt es doch. Das heißt, wir haben hier definitive Preissteigerung. Wir haben eine definitive, deutliche Inflation hier bei uns in Deutschland, was die Preise der Erzeuger angeht. Schauen wir mal auf die Zinsseite. Das heißt, irgendwann kommen wir hier halt in die Situation, dass unsere Preise hier in Deutschland immer mehr steigen, weil diese Preissteigerung wäre natürlich irgendwann an die Kunden weitergegeben. Aber die Zinsen, die sind mau. Das heißt, Geldentwertung und das kann, wenn das so weitergeht, irgendwann auch negative Einflüsse entsprechend hier bei uns in Deutschland auf die Zahlungskraft der Kunden haben, wenn die Löhne nicht in gleichem Maße weiter steigen. Das ist jetzt noch nichts Dramatisches, aber wir haben das erstmal auf der Agenda. Es ist so, dass wir hier ein Wachstum haben in diesem Bereich. Was gibt es heute noch? Es gibt um 10 Uhr die Pressekonferenz. Der OPEC-Ölpreis ist momentan auch wieder in aller Munde. Der ist ja wieder etwas zurückgekommen. Jetzt die letzten beiden Tage wieder etwas angestiegen. Also wir haben hier immer ordentlich was zu tun im Ölpreis. Und dann gibt es heute natürlich auch noch wieder die COT-Reports. Die werden heute Abend um 21.30 Uhr, entschuldigen Sie, um 21.30 Uhr, halb zehn abends in Deutschland veröffentlicht. Also das mal die wichtigen Sachen, die wir hier heute im Kopf behalten sollten aus dem Bereich USA und Europa. Wer noch andere Währungen tradet, kleiner Hinweis auch an dieser Stelle, bitte schauen Sie auch immer auf die entsprechenden Nachrichten der Länder, wo Sie die Währung auch traden. Rafik, einen guten Morgen hier live im Webinar. Ich hoffe, Sie können das auch verstehen. Ansonsten einfach mal einen kurzen Hinweis, dann machen wir das auf einer anderen Sprache hier, die Begrüßung. Gut, also schauen wir mal nicht auf die Termine der nächsten Woche, sondern in die Charts für die heutige Besprechung. Wer den Blog schon gelesen hat, es geht heute um Schweizer Franken, japanische Yen, britisches Pfund, Austral-Dollar und US-Dollar, polnischer Slotty. Und ich habe hier zufälligerweise gerade, weil ich vorhin wieder das Ganze gecheckt habe, den britischen Pfund, Austral-Dollar stehen. Das heißt, wir schauen hier direkt mal in den Tageschart hinein. Rafik, ich freue mich über die Grafiken. Das macht das Ganze doch etwas lebendiger. So, schauen wir hier auch auf etwas Lebendiges. Wir haben den britischen Pfund Austral-Dollar mal im Chart eben drinnen. Es ist ein Chart, der lebt, der bewegt sich. Wir haben hier hohe Volatilitäten, wenn Sie sich mal diese großen Tageskerzen anschauen. Wir haben hier untergeordnet, Sie sehen es, oder was heißt untergeordnet, der aktuelle Trend sozusagen tendiert hier abwärts. Er war gestern weit in der Bewegung, hat hier einen Peak gemacht nach unten hin und danach deutlich wieder nach oben aufgekauft. Das ist so ein Zeichen, hoppala, hier kann jetzt was passieren. Das kann entsprechend für zwei Tradergruppen interessant sein. Der erste sagt sich, boop, wir haben hier einen Abwärtstrend, der ist weit gelaufen, der wird jetzt mal eben korrigieren. Und aus der Korrektur heraus können wir wieder in Richtung Bewegung des übergeordneten Trends traden. Das ist Nummer 1, das ist ein normales Szenario, alles schick. Was heißt das hier, wenn wir uns das mal anschauen? Viele schauen ja dann auf eine Korrekturtiefe von, sagen wir mal, ab 50%. Gucken wir mal, was hier passiert ist. Hoppala, heute Nacht, beziehungsweise im Verlauf des aktuellen Tages kam es schon dazu, dass der Kurs hier mal nach oben gespiked ist. Wir haben die 50% schon mal erreicht. So, danach liefert direkt wieder runter. Was will uns das ganze Bild hier sagen? Wir haben hier zwei Szenarien. Nummer 1, diese Korrektur hier an dieser Stelle ist noch nicht zu Ende. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, wenn der Kurs wieder Stärke findet, dass wir durchaus noch höher laufen. Schauen wir mal uns die Vorkorrektur an, die ist ja fast bis an das Hoch herangelaufen. Das heißt, der Markt hat auch hier weiterhin das Potenzial, entsprechend hoch zu laufen. Anlaufpunkte auf der Oberseite wären dann entsprechend der Tageshochs, beispielsweise bei 1,78266 und 1,78831. Ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell, wenn ich dem einen oder anderen hier in der frühen Morgenstunde etwas zu schnell agiere. Bitte einen kleinen Kommentar hier in den Chat und dann werde ich das Ganze etwas langsamer machen. Also, die Oberseite haben wir gerade besprochen. Wie schaut es denn auf der Unterseite aus? Wenn wir hier jetzt sozusagen aus der Tiefenkorrektur herauskommen und nach unten laufen, dann gibt es natürlich auch das Potenzial Nummer 1. Na klar, erst mal über diesen Tiefpunkt hier unten rauszugehen. Und danach haben wir die Anlaufpunkte hier am Tagestief bei 1,75615 und 1,75311 liegen. Wir sehen schon mal die nächsten Tagestief, nachdem wir diesen Bereich hier unten unterschritten haben. Also, der Tagestiefbereich hier lag etwas höher als der erstgenannte bei 1,75715. Interessant für alle, die die Unterseite traden möchten und sehen, jetzt läuft das Ganze wieder rein. Was schauen wir uns dann in den untergeordneten Zeiteinheiten an? Da war halt ein interessanter Punkt gegeben und zwar der, dass wir hier sozusagen diesen starken Aufwärtsschub haben. Das hat die Kerze von gestern dann auch geformt, hat dann diesen Abwärtstrend hier gebrochen. Und jetzt, ja, jetzt geht es hier so ein bisschen zickelig, zappelig nach oben weiter. Wir hatten hier in der 4-Uhr-Stunde, ich glaube, das war die 5-Uhr-Stunde im Tag, weil dieser Chat hier, nein, die 3-Uhr-Stunde dieser Tag ist etwas voraus. Heute Nacht in der 3-Uhr-Stunde gab es mal diesen Spike nach oben hier. Entsprechend jetzt läuft der Markt wieder unten. Das heißt, was wir jetzt hier schauen müssen, ist einfach, wie geht es jetzt hier weiter. Die Stunden sind erstmal wieder abwärts gerichtet, aber dieser Trend ist gebrochen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch keinen so richtig laufenden Abwärtstrend, aber auch keinen so richtig laufenden Aufwärtstrend. Hier mit dieser Unsicherheitskerze gab es etwas Unschönes. Heißt, wir warten hier jetzt erstmal und prüfen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Das heißt, ich würde jetzt hier von meiner Seite her, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ungern einfach so in den Trade nach unten oder oben reinspringen. Ich würde gerne erstmal noch sehen, was der Markt mir hier entsprechend anbietet und dann entsprechend der Marktlage nach oben oder nach unten hier entsprechend in den Markt reingehen. Das heißt, wir sehen hier erstmal, was losgeht. Und je kleiner oder je zappeliger, das wird je kleiner werden, ja dann häufig auch die entsprechenden Hintergründe, die man in den Zeiteinheiten tradet. Und schauen Sie mal, hier haben wir mal den Trend der 5 Minuten. Das heißt, die Stunde ist ja in den letzten Stunden doch deutlich abwärts gelaufen. Die Stunde wollen wir haben. Hier, das sind mal die letzten Stunden aus der Nacht herein bis jetzt. Deutlicher Abwärtsschub. Das ist dann auch das, was wir hier in den 5 Minuten sehen. Sollte sich das Ganze wieder rumdrehen, dass wir hier in den 5 Minuten einen Aufwärtstrend bekommen, dann wäre das erste Indizien, dass wir möglicherweise in der Stunde wieder nach oben laufen. Heißt also vom Prinzip, dass dieser hier, dieser Spike nach oben, diese, ja, nicht wirklich ernst gemeinten Trendbruch hier verursacht hat und der Markt dann hier hochläuft. Ansonsten würden wir in der Stunde entsprechend eine Korrektur sehen, das Ganze wieder nach unten laufen. Also Sie sehen, in den Kleinstzeiteinheiten kann man schon näher ran. In den etwas größeren, wer auch einen Swing traden möchte, der sollte hier einfach noch auf ein besseres Bild warten. Aber wir haben aktuell hier die Situation, wie wir sie haben. Beide Richtungen sind offen. Für beides gibt es Potenziale. Damit würde ich gerne in das nächste Währungspaar hineinschauen. Wir hatten gestern schon den polnischen Slotty auf der Uhr. Heute wieder allerdings in einer etwas anderen Währung. Und zwar heute in Koppelung mit dem US-Dollar. Da ist gestern auch was sehr, sehr Schönes passiert. Ich habe Ihnen hier in diesem Chart einmal den großen, übergeordneten Aufwärtstrend eingezeichnet. Und dieser Chart bietet uns halt immer wieder die Möglichkeit, mit untergeordneten Trends zu arbeiten. Warum? Ja, weil der Markt es hergibt. Wir wissen es nicht, aus welchem Grund es das passiert. Wir wissen nicht, warum die Händler ihre Kauf- und Verkauf- oder so platzieren, dass hier untergeordnete Trends innerhalb der Zeiteinheit passiert. Ist auch völlig egal, warum. Wir können damit arbeiten. Und das ist schön. Was war so schön gestern? Wir haben hier, ich habe Ihnen das mal eingezeichnet. Wir hatten die Situation, dass wir gestern mit Überschreiten dieser Marke hier von 372,607 einen untergeordneten Aufwärtstrend im Markt gesehen haben. Das heißt, dieser Trend ist jetzt erstmal valide gebildet worden. Und an diesen Stellen, ich habe das im Blog-Eintrag auch so geschrieben, an diesen Stellen kann jetzt zwei was passieren. Entweder es bleibt starke Dynamik bestehen, dann wäre da ein Direktanlauf nach oben möglich, oder aber der Markt läuft hier runter. Und Sie sehen, was jetzt an dieser Stelle passiert. Wir bekommen jetzt eine ganz normale Korrektur. Das ist ein Verhalten, was wir momentan des Öfteren mal sehen, dass der Markt hier einen Aufwärtstrend bildet, ganz frisch neu, und dann erstmal wieder in die Korrektur hineinläuft. Das ist das Szenario, was auch gerade hier gespielt wird. Das heißt, hier der Abprall von dieser Trend entstehenden Linie ist momentan in vollem Gange. Heißt also auch für die Kleinsttrader, die solche Abpralls auch traden möchten. Wir haben hier unten interessante Anlaufmarken entsprechend bei dem Tagestief von gestern bei 3,69,584 liegen. Da könnte es unter Umständen auch schon hingehen und diese Korrektur dahin führen. Bleibt die Korrektur tiefer. Hier unten haben wir, sage ich mal, so den Bereich, der nicht unterschritten werden sollte, damit dieser Aufwärtstrend hier nicht kaputt geht. Und der ist bei 3,66,136 hier im Chart auch entsprechend zu sehen. Wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann sehen wir mal hier diesen schönen letzten Aufwärtstrend, den wir gehabt haben, der diese Trend entstehende Bewegung geführt hat. Das heißt, wenn wir das mal etwas kleiner machen, sehen wir das auch. Hier ist ja eingekennzeichnet mal der erste Move, die Korrektur und dann hier der zweite Move. Das ist der Trend, der jetzt hier auf Tagesbasis entstanden ist. Und Sie sehen hier an dieser Stelle die Stunde. Hier unten wird erstmal, besteht in der Stunde ein Abwärtstrend. Aber dieser Trend hier nach oben, der wird halt erst gebrochen sozusagen, wenn wir hier unter die 3,69,284 laufen. Das ist entsprechend auch das Tagestief, was wir hier in diesem Bereich sehen. Der Chart ist jetzt wirklich etwas kleiner. Also hier bis da unten rein kann der jetzt hier entsprechend laufen, um dann wieder hochzudrehen. Also hier ist mal die Geschichte Tageschart und auf der anderen Seite hier die Geschichte mit dem Stundenchart. Und da bleibt es jetzt natürlich spannend zu sehen, was der Markt macht. Also Sie sehen auch hier einen Bereich, wo Sie im kurz- und mittelfristigen Bereich die ein oder andere Idee auch traden können. Wer sich den Stundenchart hier auch anschaut, wir haben hier den großen nach oben Lauf. Wir haben jetzt hier ein höheres, ein tieferes Hoch an dieser Stelle gestrieben. Wir müssen sehen, was hier unten passiert. Schreiten wir unter diese 3,71,207 durch. Haben wir erstmal hier einen Abwärtstrend, einen untergeordneten. Aber das ist dann der aktuelle Trend entsprechend auch in der Stunde. Den kann man dann natürlich in den Kleinstzeiteinheiten traden. Also auch hier wieder ein Markt, wo beides entsprechend möglich ist. Also Aufwärts- und Abwärts-Trades. Und wenn wir gerade beim Thema Aufwärts sind, dann sehen Sie auch, wenn sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt, hier im US-Dollar, polnischer Slotty, dann haben wir auf der Oberseite, erstmal hier oben, diesen Hochpunkt vom übergeordneten Aufwärtstrend, stehen bei 3,80102. Auf dem Weg dorthin liegen ein paar Tageshochs vor uns bei 3,79912, 377619 und 378783. Das sind die Dinge, die wir hier auf der Uhr nach vorne haben. Dieter Körner, auch wieder heute live dabei. Das freut mich auch Ihnen. Einen schönen guten Morgen und einen tollen erfolgreichen Freitag. Wir haben hier gerade das Währungspaar US-Dollar, polnischer Slotty auf der Uhr. Fertig besprochen. Fragen sehe ich dazu gerade keine hier im Chat. Das heißt, wir wechseln einfach in das nächste Währungspaar. Sven Walden, einen schönen guten Morgen. Er entfüllt sich so langsam der Chat hier an dieser Stelle auch. Und damit live in den Chart von Schweizer Franken, japanischen Yen. Immer wieder gute Bewegung in diesem Markt auch drinnen. Hier untergeordnet der blau eingezeichnete Markt. Wir hatten das Währungspaar schon vor ein paar Tagen auf der Uhr. Und zwar, als wir hier unten drüber geschnäpst sind, sozusagen diesen Trend hier gebildet haben. Der ist jetzt in seinem Hoch vom 17. in dem Bereich hier, in dem Widerstandsbereich, um die 113.186 eingetaucht und läuft jetzt hier in Korrektur. Wir sehen es hier. Ich hatte es im Blog-Eintrag auch geschrieben. Hier gibt es halt die zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, direkt Stärke nach oben. Möglichkeit Nummer 2, erst einmal eine gesunde Korrektur. Dieses blau eingezeichneten Aufwärtstrend. Und das ist das, was wir hier momentan jetzt auch sehen. Wir sehen hier die laufende Korrektur nach unten hin. Das Tief der Korrektur sollte im Optimalfall nicht unter die 111.849 gehen, weil das wäre blöd für diesen Aufwärtstrend. Da wäre der Aufwärtstrend erst einmal gebrochen. Damit wäre die gesamte Handelsidee für die Oberseite erst einmal komplett negiert, weil das Ganze wieder neu aufgebaut werden muss. Das heißt, die Korrektur läuft hier nach unten. Wir werden sehen, wie weit für die kurzfristigen Trader könnte das möglicherweise interessant sein. Denn mir persönlich ist die Korrektur jetzt schon zu weit fortgeschritten. Weil schauen wir mal, diese Bewegung hier nach oben ist schon deutlich korrigiert worden. Wir sind bestimmt hier in dem Bereich von weit über 70% im Tief in die Korrektur gegangen. Das heißt, jetzt ist es viel, viel interessanter einmal reinzuschauen, wenn wir schon so eine tiefe Korrektur gehabt haben, wie das Ganze nach oben weiter laufen kann. Weil innerhalb der Korrektur nach oben einzusteigen, ist ja auch charmant. Weil wer das Ganze kurzfristig betreibt, schauen wir mal, wir haben hier oben einen Anlaufpunkt bei 112,987. Dann hier das Trend hoch bei 113,260. Und wenn das Teil dann wirklich gewuppt wird und oben drüber über diesen Widerstand springt, dann haben wir hier drüben ein Tageshoch bei 113,461. Und dann folgen im mittelfristigen Bereich, das ist dann wahrscheinlich für das Swing Trading sehr, sehr interessant, hier die Level um die 114,444 und 115,132, die wir direkt aus dem Chart auch rausnehmen können. Und damit schauen wir mal kurz in die Stunde hinein, um zu sehen, was hier gerade abgeht. Weil wir sehen ja in der Stunde, beziehungsweise im Tagestrand, dass die Kerze wieder nach oben läuft. Wir haben den Peak nach unten rein gemacht. Hier schauen wir uns das Ganze einmal an. Also hier war die letzte Aufwärtsdynamik. Jetzt haben wir hier schön die Korrektur des Ganzen. Und Sie sehen halt auch, wie weit das korrigiert ist. Wir schauen mal kurz. Ich bin jetzt neugierig. Wir messen mal kurz aus. Wir sind hier in den Bereich von 75 Prozent eingetaucht im Tief der Korrektur. Und jetzt ist es hier natürlich spannend für das mittelfristige Trading, wie es hier entsprechend auch weitergeht. Das heißt, diese Abwärtsdynamik, die wir hier haben, wir sehen ja jetzt hier diese Trendbewegung nach unten. Das lässt sich dann auch gut in der nächst kleineren Zeiteinheit auch sehen, beispielsweise in den 15, 10 oder 5 Minuten, dass man dann diesen Trend hier hat. Und sobald das ganze Ding gebrochen wird, nach oben läuft, dann geht das Ganze hoch. Und wir sehen hier an dieser Stelle auch schon in diesem Bereich hier, schauen Sie sich das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier untergeordnet den kleinsten Zeiteinheiten hier. Schauen Sie, wir haben jetzt hier mittlerweile auch schon einen Aufwärtstrend am Laufen. Hier haben wir ihn. So, und das schauen wir uns jetzt mal eben in den kleinen Zeiteinheiten an, beispielsweise hier in den 15 Minuten. Und da sehen Sie das. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das heißt, es ist jetzt erstmal ein Aufwärtstrend da. Im übergeordneten Bild heißt das hier noch nicht, dass dieser Abwärtsmove schon zu Ende ist, aber es ist erstmal Dynamik nach oben bereit. Interessant wird es dann hier oben in diesem Level, was macht der Mark um die 112, 665, wo das hoch hier gewesen ist. Das wird dann sehr, sehr, sehr spannend. Wenn wir da drüber wuppen, dann haben wir aus den kleinsten Zeiteinheiten den Aufwärtstrend, der dann die Stunde nach oben schieben kann und das Ganze dann in den Tag wieder nach oben läuft. Also es ist interessant, was hier in diesem Chart gerade vorgeht. Deswegen liegt er auch heute in der Agenda für das Tagestrading für Sie mit aufbereitet. Und ich hoffe, Sie können damit auch die ein oder andere Handelsidee entsprechend für Ihr Trading auch mit umsetzen. Und an dieser Stelle bin ich mit der Besprechung der aktuellen Handelsideen durch und wir schauen dann direkt im nächsten Gang einmal auf, ja, auf den nächsten Punkt hier im Webinar. Das heißt, wir überprüfen einmal die Situation der Nachrichtenlage für die nächste Woche, bevor wir dann in die Chartanalyse der großen Indizes hineingehen und von mir auch nochmal die Aufforderung, wenn Sie mögen, dann stellen Sie hier ruhig im Chat bei Facebook, wenn Sie schon live dabei sind, direkt die Frage. Lassen Sie den ein oder anderen Wunschchart auch analysieren, dann können wir das Ganze besprechen. Oliver Müller, einen schönen guten Morgen. Auch an Sie die Anleitung, wenn Sie den ein oder anderen Titel analysiert haben möchten, lassen Sie uns ruhig zusammen in den Chart einmal hineinschauen. Und damit gehen wir mal auf die Vorschau der Nachrichten für die nächste Woche. Ich habe hier wieder die wichtigsten Nachrichten herausgesucht für den US-Markt, den europäischen und den deutschen Markt. Heißt, wir starten gleich am Montag los. Aus den USA gibt es um 16 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser. Am Dienstag um 9.30 Uhr gibt es den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Am Mittwoch machen wir weiter, 10 Uhr Nachrichten der IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend, weil natürlich dieses Geschäftsklima auch gelesen werden kann über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Da wird auch wichtigerweise, nehme ich mal an, auch drauf geschaut, wie das Thema der Handelszölle sich hier entwickelt. Wir hatten heute Morgen wieder in den Nachrichten gehört, oder ich hatte es gehört, ich nehme an, wenn Sie die Nachrichten noch nicht gehört haben oder schon gehört haben, werden Sie ähnliche Informationen auch vorliegen haben. Das Thema Zoll auf Automobile ist bis Ende Juli vertagt. Da wird es eine Entscheidung geben. Es wird heiß diskutiert, was gemacht wird, wie sich die USA verhalten sollten und so weiter und so fort. Also wir merken an dieser Stelle, es bleibt hier ein sehr, sehr kritisches Thema und wir haben entsprechend an diesen Stellen auch erste Auswirkungen in den Wirtschaften schon drinnen. Noch nichts Dramatisches, aber man merkt die ersten Dinge und Sie wissen ja immer, wie es ist. Eine Pflanze wächst ab dem ersten Samen und die ersten Samen sind hier in der Erde. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was daraus entsprechend erwächst. Am Mittwoch geht es dann am Nachmittag weiter um 16 Uhr mit dem Thema Verkäufe neuer Häuser und wie jede Woche Mittwoch Informationen zu den Rohöl-Lagerbeständen der aktuellen Woche. Am Donnerstag geht es dann weiter um 13.45 Uhr. Da ist hier wieder das Thema der EZB an der Rolle. Das heißt an der Reihe so rum, heißt wir bekommen hier Informationen zu den Zinsen. Es gibt den Zinsentscheid und dann kurze Zeit später um 14.30 Uhr bzw. ja ich denke um 14.30 Uhr wird es dann auch die Informationen dazu geben. Die Pressekonferenz, ach ja da unten haben wir es stehen, da hat sich die USA dazwischen gedrängelt. Hier unten steht es um 14.30 Uhr gibt es entsprechend auch die Pressekonferenz der EZB. Und auch um 14.30 Uhr gibt es dann Nachrichten aus den USA und zwar der Auftragseingang für langlebige Güter. Und den Reigen der Nachrichten, der wichtigsten Nachrichten, schließt dann das Bruttoinlandsprodukt in den USA am Freitag ab. Diese Nachrichten bekommen wir auch kurz vor Handelseröffnung in den USA um 14.30 Uhr. Also Sie sehen, hier haben wir mal wieder eine Woche, die ordentlich prall gefüllt ist mit Nachrichten. Ich denke da wird uns nicht langweilig und es wird viele Möglichkeiten hier entsprechend im Handel auch mitgeben. Und damit gehen wir von den wichtigen Terminen für die nächste Woche einmal in die Betrachtung der aktuellen Charts. Da hole ich gleich mal wieder den Desk von Tickmill hier ins Bild hinein und wir schauen uns das Ganze einfach einmal an, indem wir mit dem Lieblingsmarkt der Deutschen beginnen. Wir gucken mal auf den DAX. Ich öffne da gleich mal einen neuen, ein sauberes Chartfenster. Und dann schauen wir uns hier an, was sich in den letzten Tagen entsprechend getan hat. So, zack, hier haben wir den Chart. Wir wollen allerdings nicht die Stunde sehen, aber wenn Sie die Stunde sehen, dann sehen Sie auch, was hier momentan auch los ist. Heißt also an dieser Stelle, es ging hier doch deutlich nach unten. Das ist das, was wir gestern gesehen haben. Über Nacht ging es dann ein Stück weit nach oben. Gucken wir mal, was der Tag heute macht. Aber wir wollen jetzt nicht auf die kurzfristigen Sachen hier schauen, sondern wirklich mal die großen Bilder hier im Markt mit Abtasten beziehungsweise uns anschauen. Es hat sich im Vergleich zur Vorwoche Positives in dieser Woche getan. Das heißt, wir hatten hier entsprechend einen Anstieg gehabt. Das heißt, diese starke Bewegung, die wir hier nach unten gesehen hatten, die ist korrigiert worden. Wir hatten hier untergeordnet mittlerweile sogar einen Aufwärtstrend. Oder was heißt hatten? Wir haben diesen Aufwärtstrend. Und das ist hier diese Situation, die wieder verschiedene Händlergruppen auch mit auf den Plan rufen kann. Weil wir haben jetzt hier die Situation, dass wir zwei verschiedene Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit auch am Laufen haben. Das heißt also, diejenigen, die sich das große Bild anschauen, die sagen jetzt natürlich, Na ja, wir haben hier einen Abwärtstrend, der korreliert jetzt hier entsprechend nach oben. Untergeordnet hat sich ein Trend gebildet. Alles schick. Wir warten einfach mal, was hier passiert, damit der Markt uns eine Entscheidung geben kann, was auf der Unterseite passiert. Weil ähnliches ist ja auch hier passiert. Wir hatten den Move nach unten. Da wurde sozusagen dieser Schub hier nach oben gebrochen. Dann gab es untergeordnet einen Aufwärtstrend. Der ist bis kurz ans Hoch gelaufen und hat danach wieder deutlich rumgedreht. Das war damals so. Das könnte auch etwas sein, was der Markt jetzt spielt. Das heißt, wir sehen hier momentan einen Markt, der im übergeordneten Bild abwärts gerichtet ist. Also wir haben hier im großen Bild den bestehenden Abwärtstrend auch im Markt liegen. Das mache ich mal noch in einer dickeren Linie und mit einer anderen Farbe, damit wir das besser sehen können. Das heißt hier, das ist der übergeordnete Trend. Und wir können jetzt hier sehen, ja, wir haben eine fortgeschrittene Korrektur. Diese entsprechende Korrektur, die ich messe mal ganz kurz die Bewegung aus, ist jetzt in den Bereich der 50% hineingelaufen. Das heißt, der ein oder andere, der dieses Bild tradet, könnte sich sagen, weite Korrektur. Schauen wir mal, wann es wieder nach unten geht. Der zweite Punkt ist der, man kann ja auch immer den aktuellen Trend reden. Und da haben wir momentan diesen blau eingezeichneten Trend. Der steht aktuell in seiner Bewegung. Heißt also hier, bei den positiven Nachrichten, also wenn Positives entsprechend am Markt gespielt wird, könnte es durchaus auch sein, dass sich dieser Trend noch etwas fortsetzt und man Handelssignale aus diesem Trend treten kann. Also Sie sehen, dieser Chart bietet aktuell zwei verschiedene Szenarien, die tradbar sind, an. Das heißt, die kurzfristig reagierenden Händler, die schauen sich hier entsprechend dieses Bild an. Da haben wir aktuell laufend einen Aufwärtstrend, der momentan in seiner Korrektur ist. Sie sehen, wir sind hier in den Bereich auch hineingelaufen, wo dieser Trend entsprechend auch entstanden ist. Das heißt, bei 12.640 Punkten. Hier oben, das hatte ich ja gestern, glaube ich, oder vorgestern im Chart gesagt, war so eine Art Widerstandsbereich. Da ist der Markt erst einmal abgeprallt, atmet hier durch. Kurzfristig könnte es unter Umständen hier weiter nach oben gehen. Übergeordnet ist dieses Bild abwärts gerichtet. Und diejenigen von Ihnen, die die Fundamentaldaten auch immer mit reinnehmen, die Wirtschaftsdaten, die wir hier haben, die werden da auch sehr, sehr genau hinschauen. Wenn der Markt beispielsweise beginnt, negative Nachrichten mit einzupreisen und dann entsprechend zu fallen, das wäre dann die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt sehen wir hier erste Tendenzen, dass der Markt wieder nach unten umknickt und wir hier in Richtung dieses übergeordneten Bildes hineinlaufen. Also hier haben wir aktuell zwei Ansätze, die wir entsprechend traden können. Und die können wir entsprechend auch nutzen für die entsprechenden Ausrichtung der Tage, die wir hier haben. Und das Ganze mal auf Tagesbasis in zwei verschiedenen Trendgrößen hier im Chart ersichtlich zu sehen. Gut, damit für den DAX. Übrigens diejenigen von Ihnen, die von der Punktewertigkeit her lieber mit dem Eurostoxx50 traden, weil dieser Markt sich ähnlich entwickelt wie der DAX. Sie nur den einen oder anderen Kontrakt mehr kaufen können, weil Sie diese Möglichkeit der Feinjustierung hier nutzen wollen. Da können Sie ruhig den Chart hier sich auch mal anschauen. Das Bild ist identisch. Wir haben jetzt hier übergeordnet auch wieder diesen Abwärtstrend am Laufen. Untergeordnet haben wir einen Aufwärtstrend am Laufen. Also Sie sehen, das ist das gleiche Bild. Und wer das Ganze nutzen möchte für sein Trading, um feiner zu justieren, um sich nach oben mit Positionen Stück für Stück nachzukaufen, ohne zu groß zu werden oder dann sozusagen Gewinnmitnahmen, Teilgewinnmitnahmen machen möchte, weil er sich sagt, okay, ich möchte jetzt nicht zwei, drei, vier Kontrakte vom DAX kaufen, sondern eine entsprechende höhere Anzahl vom Eurostoxx50, um dann die Feinjustierung zu übernehmen. Schauen Sie, wir haben hier wirklich einen Gleichlauf dieser beiden Märkte. Das ist auch logisch, weil viele der Werte, die im DAX drin sind, sind auch große Werte hier im Eurostoxx50 hochgewichtet. Und aus diesem Grund haben wir hier häufig einen parallelen Lauf von diesem Markt. Und damit würde ich ganz gerne auch nochmal in das Währungspaar Euro, US-Dollar reingehen, weil wir hier ja einen wichtigen Punkt haben, wo das Ganze beeinflusst wird. Und wir sehen hier aktuell wieder einen nach unten laufenden Markt. Sie sehen es, wir hatten hier, wir haben ja dieses Thema auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Wir haben hier oben diese abwärts laufende Trendlinie, die wollte nicht halten, entsprechend hier oben drüber, wenn Sie sich das mal anschauen. Wir haben hier einen Bereich, wo der Markt immer mal oben anstößt und dann wieder runterdreht. Das wird momentan auch gespielt. Das heißt, wir haben hier Stück für Stück die Dynamik auch nach unten. Wir hatten diese Woche eine Rede vom Herrn Paul, der entsprechend hier auch gesagt hat, dass die Zinsentwicklung in den USA sich weiter positiv entwickeln wird. Das hat den Dollar dann wieder etwas stärker gemacht. Hier dann entsprechend auch auf der Seite des Euro zum US-Dollar gesehen. Der Euro hat dann direkt auch mit Schwäche reagiert. Wir sind wieder deutlich unter die Marke von 1,16 hier im Tief gefallen. Also Sie sehen, der Markt händet hier auch weiter mit nach unten. Das kann dann natürlich positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Indizes im Euroraum haben. Das heißt, auf den DAX oder den Eurostoxx 50 könnte sich das Ganze positiv entwickeln, wenn der Euro preiswerter wird. Also Sie sehen, es ist ein gemischtes Bild. Und manchmal haben wir sogar einen Gleichlauf, also sozusagen Korrelationen. Wenn der Euro nach unten fällt, dann steigt der DAX und umgekehrt. Das haben wir manchmal und damit haben wir das Bild, was wir hier in den unterschiedlichen, sage ich mal, Betrachtungsweise Facetten mit einbeziehen sollten. Dass wir sagen, wenn wir beispielsweise auch Tage haben, wo der DAX steigt, wenn der Euro fällt, dann haben wir hier einen schönen Gleichlauf. Und wir merken dann, sobald der Euro wieder stärker wird, dreht der DAX nach unten wieder rum. Das heißt, für das kurzfristige Trading kann man dieses Bild schon sehr, sehr, sehr schön nutzen. Und das ist natürlich interessant, auf diese Art und Weise hier entsprechend zu betrachten. Was für den einen oder anderen, der sich dieses Chartbild auch mal mit anschaut und auch Chartmuster mit anschaut. Schauen Sie, wir haben hier unten entsprechend auch noch die Unterstützungslinie liegen. Die laufen so Stück für Stück aneinander. Das heißt, es wird hier irgendwann dann auch zu einer Entscheidung kommen, ob der Markt nach oben oder unten ausbricht. Wir hatten hier unten das Getingel. Wir haben jetzt oben das Getingel immer entsprechend an den Linien. Und dieser Raum wird wieder hier auch entsprechend immer, immer kleiner. Und irgendwann wird es da zu einer Entscheidung kommen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auflöst. Rein, sage ich mal, von der Zinsseite her, wenn die Zinsen in Europa längere Zeit weiter niedrig bleiben und in den USA aber deutlich ansteigen, wäre eigentlich davon auszugehen, dass der Euro hier weiter schwächer wird. Das heißt, wir könnten einen Bruch auf der Unterseite erwarten. Und wenn das dann passiert, dann haben wir hier erstmal wieder dieses Tief, diesen Tiefbereich hier unten um die 1,15, 1,05. Das war das Tief, was wir hier am 29.05. auch gesehen hatten. Und damit wäre dann ein Tiefpunkt erreicht. Und wenn wir hier dann durchbrechen sollten nach unten, ich mache mal kurz den Wochenchart auf, da sehen wir etwas mehr Historie, dann haben wir hier halt Luft nach unten. Man weiß nicht, wie weit das Ganze laufen wird, aber es ist halt faktisch so, dass diese Differenz wahrscheinlich dann gespielt werden kann. Wenn die Zinsen in den USA höher werden, dann wird der Markt in den USA interessanter. Die Nachfrage nach dem US-Dollar steigt, weil man dort risikoloser Geld verdienen kann im Zinsbereich. Und das hätte dann entsprechende Auswirkungen auf den Euro-US-Dollar. Und wo wir gerade beim US-Dollar sind, schauen wir uns den Markt einfach auch einmal an. Wir haben also hier jetzt den Chart vom US-30, also vom Dow Jones, entsprechend auch offen. Und da sehen wir jetzt aktuell ein Bild, wo wir übergeordnet hier diesen Aufwärtstrend gebrochen haben. Hier, das war die Marke, wo wir durchgelaufen sind. Hier gab es den Schub entsprechend nach unten. Dann hat sich hier untergeordnet jetzt wieder ein kleiner Aufwärtstrend gebildet. Aber diejenigen, die sich das große Bild anschauen, die werden auch sehen, gut, wir sind jetzt in eine sehr, sehr weite Korrektur. Hier oben hinein gelaufen. Es könnte also jetzt an dieser Stelle zwei Sachen kommen. Nummer eins, diese Korrektur dieser laufenden Bewegung hier oder dieser weit gelaufenen Bewegung, die könnte noch etwas tiefer gehen. Oder der Markt dreht direkt nach unten runter und läuft wieder in Richtung dieser Tiefkurse hier unten. Also wir haben jetzt hier in den letzten Tagen eine sehr, sehr positive Entwicklung am US-Markt gehabt. Das sehen wir hier auch. Aber wir können halt nicht einfach so herangehen und sagen, okay, dieser Trendbruch hier ist nicht passiert. Das heißt, wir haben auch hier momentan wieder ein Hin und Her. Und dieses Hin und Her, das merken wir auch, das ist sehr, sehr nachrichtenbestimmt. Das heißt, immer dann, wenn es positive Nachrichten gibt aus den USA, beziehungsweise die negativen Nachrichten etwas beiseite geschoben wird, dann haben wir schöne dynamische Kursanstiege. Wenn es dann aber dazu kommt, dass die Nachrichten wieder, die negativen Nachrichten wieder mehr in den Fokus kommen, dann sehen wir, dass die Märkte sofort entsprechend auch nach unten laufen und dieses tendenzielle Bild hier geben. Also auch hier immer mal ein Hin und Her. Aber was halt schön ist für diejenigen, die kurzfristig hier an diesem Markt dranbleiben, diese starken Schübe, diese starken Bewegungen, die sich hier entsprechend ergeben, die lassen halt immer wieder Raum für kurzfristige Trades entsprechend hier auch zu. Aktuell haben wir hier auf der Oberseite für diejenigen von Ihnen, die auch immer mal mit entsprechenden Linien arbeiten. Wir sind hier oben an einem Bereich herangelaufen, wo wir eine Widerstandslinie haben, wo wir fallende Hochkurse haben. Und das ist halt ein Bild, das interessant ist, weil wenn wir sehen, der Markt bricht hier immer wieder oben rum nach unten, dann sind das entsprechende Bereiche, wo man im kurzfristigen Trading auch immer wieder sehr, sehr schön entsprechend in den Markt hineingehen kann, um die Gegenrichtung auch zu traden, wenn es der Markt denn spielt. Im großen Bild, wie schon gesagt, hier der Aufwärtstrend gebrochen. Die starke Bewegung ist jetzt tief korrigiert. Wir werden hier sehen, wie es in der nächsten Woche weitergeht. Gestern bzw. vorgestern hatten wir hier erstmal die Top-Bildung oben an dieser Widerstandslinie. Der Markt lief nach unten. Wir schauen mal, was passiert. Wer sich diesen untergeordneten Trend hier anschaut, da mache ich das Bild mal kurz etwas größer, dass wir das sehen können. Also das, was wir sozusagen hier in diesem Bereich sehen, ist sehr, sehr schön ersichtlich, auch im entsprechenden Verlauf der Stunde. Ich markiere das mal ganz kurz hier ein mit etwas dünneren Linien, damit wir nachher auch mehr sehen können im Chart. Das ist mal der Verlauf entsprechend der Stunde, den ich jetzt hier einzeichne, also grob gezeichnet der Stundentrend hier in diesem Bereich. Da haben wir natürlich jetzt schön den Markt nach oben laufen. Das ist auch das, was wir hier im Tageschart gut erkennen können. Und für diejenigen, die sich diesen Trend anschauen, die sehen halt, okay, das, die blaue Linie, die letzte Bewegung, ist jetzt in Korrektur. Der Stundentrend nach unten ist gebrochen. Schauen wir einfach mal in die Stunde hier rein. Hier haben wir diesen Stundentrend nach oben gehabt. Der hat sich jetzt hier, hat sich ein untergeordneter Abwärtstrend gebildet. Der ist jetzt weit nach unten gelaufen, ist jetzt gerade in seiner Korrektur. Das heißt, hier ist dieses Bild in der Stunde momentan abwärts gerichtet, dreht der Markt hier weiter rum und nach unten. Das heißt, die tiefe Korrektur wird beendet. Wir bekommen ja wieder Signale für die Unterseite. Das wäre dann natürlich ein Zeichen, dass wir hier diese begonnene Korrektur weiter nach unten fortsetzen würden. Und wir werden sehen, wie sich der Tag dann weiterentwickelt. Ein etwas anderes Bild sehen wir beim größer gewichteten, beziehungsweise beim größer aufgestellten S&P 500. Hier haben wir weiterhin einen intakten Aufwärtstrend im Markt auch liegen. Das heißt, hier das Bild, was wir im Großen entsprechend haben, bleibt bekannt, bleibt bestehen. Also das, was wir in der letzten Woche hier an dieser Stelle auch mit besprochen hatten, ist alles im Laufen. Der Markt ist schön nach oben gelaufen, hat diesen wichtigen Bereich hier von knapp 2800 Punkten erst mal überschritten. Jetzt geht es hier etwas in Korrektur. Das heißt, dieser Trend ist weit in seiner Bewegung. Korrigiert jetzt hier etwas. Wir sehen auch hier wieder diesen untergeordneten Trend. Der ist jetzt auch hier unten ein sehr, sehr interessantes Level, wo man schauen muss, wie der Markt reagiert. Das heißt, die knapp 2790 Punkte Marke, die bleibt hier im Auge zu behalten. Was der Markt hier macht, läuft er hier drunter, dann steht die Gefahr im Raum, dass der Markt etwas weiter nach unten korrigiert. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier dieses Tief bei 2762 Punkten. Wäre dann halt ganz normal eine Korrektur dieser aufwärtslaufenden Bewegung. Nach oben hin gilt natürlich erst mal dieses Hoch hier oben zu überschreiten bei 2816 Punkten. Und wir sehen dann hier auf der linken Seite im Chart die nächsten Anlaufbereiche. Hier haben wir nach oben hin ein paar Tageshochs liegen im Bereich zwischen 2829 und 2840, bevor wir dann hier oben in Richtung Allzeithoch laufen können. Das dann, liebe Zuschauer, wenn wir hier an dieser Stelle natürlich weiterhin positive Dynamik in den Märkten sehen, dann kann es entsprechend auch mit nach oben gehen. Also hier im Bereich des S&P 500 einen stabilen nach oben laufenden Aufwärtstrend, der momentan ein wenig nach unten korrigiert. Aber das ist an dieser Stelle völlig normal. Und damit gehen wir noch in den dritten amerikanischen Index und zwar den Nasdaq 100. Hier sehen wir wieder ein Bild. Das ist das, was wir in den letzten Zeiten, in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr, sehr häufig sehen. Und zwar hier, Sie sehen es, ein Allzeithoch wechselt sich mit dem nächsten Allzeithoch ab. Das heißt, das Geld fließt momentan massiv in die Technologiewerte hinein. Dort haben wir sehr schön sauber laufende, nach oben steigende Trends und hier dann entsprechend den Markt nach oben reinzunehmen, rauszunehmen. Sven Walden, ich habe es gesehen. Ich schaue nachher nochmal auf den Kandolo japanischen Yen, nachdem wir hier mit dem US-Tech fertig sind. Das heißt, was wir hier aktuell sehen, ist eine Situation, wo wir nach oben gelaufen sind. Wir haben hier mit einem Wuppes hier ein neues Allzeithoch entsprechend auch geschrieben. Jetzt ist eine Situation, wo es spannend ist, wie es weitergehen kann. Warum ist es spannend? Spannend ist es aus dem Grund, ich hatte das letzte Woche auch schon avisiert, wir hatten immer dann, wenn wir hier in letzter Zeit neue Allzeithochs geschrieben haben. Also schauen Sie sich mal an, was hier gekommen ist. Da ist erst mal nicht ganz so viel nach oben rausgelaufen. Der Markt ist nach dem Überschreiten dieses Hochpunktes immer erst mal wieder ein Stück weit zurückgekommen. Und das ist jetzt natürlich spannend zu sehen, was jetzt hier oben passiert. Das heißt, kommen wir hier wieder in die Situation, dass wir direkt wieder rumdrehen und diesen Schub nach oben weiterlaufen lassen? Oder wird der Markt erst mal wieder etwas tiefer nach unten korrigieren? Das bleibt jetzt hier abzuwarten, wie es entsprechend weitergeht. Weil wir haben es ja gesehen, die Dynamik nach oben lässt hier aktuell immer mal so ein bisschen nach. Dafür korrigiert der Markt dann ein ganzes Stück weit nach unten und gibt uns dann die Möglichkeit, wieder einzusteigen in den Markt. Das ist jetzt mal das Kurzfristige. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Sie sehen halt, man kann in diesen Chart sehr, sehr viel hineininterpretieren bzw. herauslesen. Und diese Herauslesensweise kommt halt immer darauf an, was ist für Sie denn wichtig. Das heißt, in welchem Zeithorizont traden Sie. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo in den kurzen Zeithorizonten traden, dann mag es sehr, sehr interessant sein, was hier oben passiert. Ob es hier einen Rücksetzer gibt und dann der Markt wieder nach oben dreht. Das ist für den kurzfristigen Zeitrahmen extrem interessant. Das heißt, sich jetzt hier oben einfach mal so schnell für den kurzfristigen Tritt der Long aufzustellen, in der Hoffnung, dass es stark nach oben weitergeht, würde halt die Historie jetzt etwas dagegen sprechen. Weil wir hatten hier immer diese Korrekturen nach unten. Diejenigen von Ihnen, die das Ganze im langfristigen Bereich sich anschauen, werden Folgendes feststellen. Wir haben jetzt hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich muss diese Liste noch mal, diese Leiste. So, wir haben jetzt hier sozusagen einen Keil, der sich so Stück für Stück nach oben schiebt. Das Ganze hier anzeichnet. Also das heißt, wenn wir diese Linien mal nach unten etwas verbinden, so, diese wichtigen Tiefpunkte, dann sehen wir hier halt an dieser Stelle einen stark nach oben laufenden, eine stark nach oben laufende Unterseite und eine etwas weniger steil verlaufende Oberseite. Das ist jetzt einmal ein Keil, ein ansteigender Keil. Und ansteigende Keile sind in der Regel, in der Charttechnik dazu genutzt, dass sie nach unten gebrochen werden. Und das wäre hier jetzt natürlich ein Zeichen, wenn der Markt diesen Keil nach unten verlassen sollte, dass wir hier erst mal etwas an Korrektur nach unten entsprechend sehen. Also ähnliches Bild haben wir hier in diesem Bereich auch schon mal gehabt. Da konnten sie auch sehr, sehr schön einen sehr massiv starken Anstieg hier, der Tief sehen. Aber auf der Oberseite kam nicht mehr so viel und dann kam es zum Bruch nach unten. Das ist etwas, das jetzt wieder passieren kann oder könnte in diesem Bereich. Ja, das heißt, je nachdem, wie sie hier entsprechend arbeiten, wie eng sie am Markt entsprechend sind, bleibt hier natürlich jetzt auch das Risiko zu sagen, wir sehen jetzt erst mal etwas Dynamik nach unten. Und das bleibt es an diesen Stellen immer ganz genau mit dem Auge zu behalten, zu beobachten, um zu sehen, wir sollten jetzt hier nicht auf dem falschen Fuß entsprechend erwischt werden. Also das Ganze bitte immer auch in die eigene Relation zu ihrem Handelsansatz entsprechend mit auf die Uhr zu nehmen. Das ist ja entsprechend interessant, weil wir können es aus den Märkten heraus auch lesen. Und damit würde ich gerne einmal in den Wunsch-Chart gehen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an dieser Stelle mal Kandollar japanisches Yen an. So, ups, das war der falsche Knopf. Hier müssen wir hin. So, Kandollar japanischer Yen. Hier haben wir den entsprechenden Tagesschart an dieser Stelle. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf welche Zeiteinheit Sie hinaus wollen. Aber ich fange einfach mal an, das Bild entsprechend hier zu analysieren. Also was wir hier in diesem Markt sehen, ist auf ersten Blick, was mir jetzt in den Sinn auch kommt, wir haben hier an dieser Stelle einen Widerstandsbereich um die Marke von 85,627, wo der Markt hier oben definitiv abgeprallt ist. Wir hatten dieses Währungspire auch besprochen. Ich glaube, wenn ich in meinen anderen Chat reingehe, müssten wir die Skizzen dazu auch noch sehen. Kleinen Augenblick, wir schauen uns das Ganze mal an. Genau, wir hatten ja hier diesen Markt, gestern war es gewesen, besprochen. Wir hatten hier diesen oberen Bereich mit diesem Widerstandslevel, wo ich gestern auch gesagt hatte, wenn wir hier oben abprallen, dann könnte es sein, dass diese weit gelaufene Korrektur entsprechend nach unten etwas korrigiert wird. Wir haben jetzt hier in der Stunde, ich hatte da geschaut, wo in der Stunde interessante Anlaufpunkte sind und wir haben das interessante erste Anlauflevel in der Stunde hier nach unten auch schon mal gesehen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine schöne Korrektur dieser starken Aufwärtsbewegung entsprechend gesehen. Übergeordnet ist dieses Bild hier natürlich, weil wir nach oben noch nicht rausgekommen sind, vom Abwärtstrend sozusagen gespeist bzw. beeinflusst. Aber das braucht uns jetzt hier für diesen Aufwärtstrend noch nicht zu interessieren, weil interessant ist ja das, wenn wir diesen Aufwärtstrend als Richtungsgeber für uns nutzen, für das kurzfristige Trading, dann wären wir natürlich hier in der Situation zu sagen, okay, wenn wir wieder Aufwärtsdynamik bekommen, dann haben wir schon die Chance, nach oben zu laufen. Wer das ganze Bild sich jetzt hier entsprechend einmal anschaut und sagt, naja, Mensch, wir hatten hier jetzt entsprechend die Korrektur und hier oben sind wir oben drüber gelaufen, es war halt hier so ein bisschen gezappelt. Wir sind jetzt hier unten relativ tief auch reingelaufen. Also hier oben wird es dann immer mal so ein bisschen unsauber. Das ist aber normal. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal in das Bild bringen, würde ich jetzt an dieser Stelle gerne in den Stundenchart schauen und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine tiefe Korrektur aus dem Tagesschart heraus, aus der aktuellen blau laufenden Bewegung im Widerstandsbereich hier oben an. Und wenn der Markt nach oben weiter laufen sollte, hier, wir schauen einfach mal in die Stunde hinein, dann hätten wir ja die Situation, dass er wieder rumdreht. Das heißt, klein machen hier das Ganze, dass wir etwas mehr sehen. Und hier sehen Sie ja diesen massiven Druck nach unten. Dann haben wir hier oben in diesem Bereich ein Hoch gehabt, ein Hochbereich. Und wenn wir jetzt hier über diesen Hochbereich drüber hinauslaufen, also über diese Marke hier oben drüber, das wäre dann entsprechend der Bereich, wo ich sagen würde, okay, wenn wir hier oben drüber gehen, dann haben wir hier wieder Aufwärtsdynamik da. Und das wäre dann das erste Anzeichen für mich dafür, dass wir aus der Korrektur wieder nach oben laufen und die Punkte dann hier oben einen neuen Test der 85, 6, 5, 8er Marke machen. Und wenn das Ganze dann entsprechend nach oben weiterläuft, dann hier die Anlaufpunkte, die ich im Webinar zu diesem Chart auch genannt habe, auf der Oberseite wieder stehen haben. Ich hoffe, das hat etwas Einblick bekommen, Sven Walden, und Ihre Frage etwas auch beantwortet. So, ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck Wasser und dann würde ich gerne mit der Besprechung der entsprechenden Daten aus dem Beachbook für Sie weitermachen. Vielen Dank.